Ja, jetzt heiße ich Herrn Magister Wolfgang Wagner von der BH Oberösterreich recht herzlich willkommen. Er präsentiert uns in seinem Beitrag eine App für Rechenstrategien im Zahlenraum 10. Ja, ich würde sagen, Sie starten gleich. Ich bin schon sehr gespannt. Und falls es Fragen gibt, bitte in den Chat. Ich werde Sie im Anschluss dann an den Herrn Wagner stellen. Bitteschön. Ist es doch üblich, dass die Teile mit der Kamera alle ausgeschöpft haben? Ja, weil wir das Ganze auch aufnehmen. Okay, dann bin nur ich. Gut, dann schauen wir jetzt mal die Ansicht auf Galerie. Passt. Ja, es geht darum, um Rechenstrategien im Zahlenraum 10. Ich mache das jetzt deswegen im Zahlenraum 10, weil manchmal das ein bisschen unterschätzt wird und man die Rechenstrategien dann nur in höheren Zahlenräumen anwendet. Das ist allerdings so, man muss sich vorstellen, Kinder der ersten Schulstufe haben ja im Zahlenraum 10 keine Chance, Rechnungen zu lösen und greifen sehr häufig außer dem zählenden Rechnen. Und das zählenden Rechnen, das soll uns, glaube ich, allen klar sein. Das wollen wir verhindern und eben andere Strategien eben hier vorstellen. Und genau zu dem Zweck werde ich dann später eine App vorstellen. Und ja, Michael Geiduschick hat ja Dissertation geschrieben über Rechtsverfahren im Zahlenraum 20. Sein Resümee war, dass Kinder, die Rechenschwäche haben, rechenschwache Kinder zumeist zählen. Das heißt, dieses Zählen sollte verhindert werden. Die Frage ist aber, zählen ist eine Strategie, die den Kindern ja immer zur Verfügung steht. Und jetzt braucht man sozusagen Strategien, die dieses Zählende rechnen, die also attraktiver sind, wie das Zählende rechnen. Und dazu habe ich jetzt kurz eine kleine Präsentation für Sie. Und zwar, ich nehme an, dass man das jetzt sehr gut sehen kann. Ja, man sieht es. Ja, und zwar geht es dabei jetzt um die Strategien des Verdoppelns und der Kraft der Fünf. Das wäre so, außer den Zahlzerlegungen innerhalb der Fünf, innerhalb der Vier, innerhalb der Drei, wo es auch um dieses Deileganze-Prinzip geht, wo man sagt Vier und Eins, Drei und Zwar, alles kann man quasi simultan erkennen, wären dann sozusagen die ersten Rechnungen über diese beiden Strategien sehr sinnvoll. Da schauen wir uns das einmal an. Ich mache mal ganz schnell. Die Frage ist einfach, ich hoffe, dass wir das auch jetzt nur kurz gesehen haben. Das wäre also die Doppel-Eins gewesen, die man mit den eigenen Händen zeigt. Ja, ich tue es gleich wieder beenden und trage es jetzt einfach so hin. Also man zeigt dem Kind relativ kurz, für circa ein Zehntel, zwei Zehntel Sekunden, diese Fingerbilder. Am besten ist es, die Bilder so zu zeigen, also nicht so, dass man auch die verdeckten Finger hier sehr gut sehen kann. Und da gibt es also eine, also es gibt, jetzt muss ich sagen, weil normalerweise steht mir die Frage, wie viele Verdoppelungen gibt es im Zahlenraum zehn? Es gibt sechs, weil die, die werden wir sicher nicht auslassen, das ist die Null plus Null. Und dann gibt es noch die Arbeiten mit der Kraft der Fünf. Normalerweise sollte man sich darstellen von links nach rechts mit der Fünf. Ich hoffe, dass das jetzt für Sie auf der linken Seite ist. Für mich ist es natürlich auf der rechten, weil es ist so untypisch. Also das wäre dann das da. Natürlich die Doppel-Fünf. So und so. Da gibt es auch wieder sechs solche Kraft der Fünf-Aufgaben. Insgesamt sind es dann elf, weil die Doppel-Fünf zweimal vorkommen, das sind elf. Also Sie haben, wenn Sie wollen, so elf Operationen. Da müssen die Kinder noch nicht Plus und Minus rechnen. Wichtig ist nur, dass das Kind sagt, ja, da habe ich drei auf einer Hand und auf der anderen auch. Also Kinder sprechen da jetzt noch nichts in der mathematisch-fachdidaktischen Sprache, sondern in einer singulären Sprache. Das ist aber ganz egal, weil das kann man nämlich schon am ersten, ab dem ersten Schultag machen. Das macht er nichts. Meine Frage ist jetzt einfach an Sie. Ich habe da einen Chat, ich habe eine Masterarbeit, macht also eine Studente bei mir und die hat in Niederösterreich 64 Kinder der ersten Schulstufe in der zweiten Schulwoche diesbezüglich untersucht, ob sie diese Verdoppelungen und diese Kraft der Fünf-Aufgaben können. Also sie hat es ja quasi simultan gezeigt, Kinder haben auch gesagt, sechs oder auch nicht. Was meinen Sie, wie viele Kinder sämtliche dieser Aufgaben gekonnt haben von den 64? Sie können, wenn Sie wollen, das in den Chat schreiben, wobei im Chat jetzt da nicht viel sich. Wenn Sie nicht wollen, dann sage ich, okay, passt. Gut, ja, danke. 61. Und das ist auch, es kommt für manche jetzt überraschend. Und das ist aber jetzt die Kraft der Mathematik, Fachdidaktik. Und die sagt nämlich, das wäre doch toll, wenn ich ein Operationsverständnis aufgebaut habe, dann könnten das neben den Zahlzerlegungen von fünf gewonnen werden. Frau Fleischmann hat gewonnen. Ich weiß nicht, Frau Aurene, was es für einen Preis gibt, aber sie war am nächsten. Ja, dass diese Aufgaben neben den Zahlzerlegungen von zehn und von fünf, wo man dann den Stift hineingeht, zwei, drei, dann zwei, also drei, zwei und so weiter, vier, eins. Neben diesen Zerlegungen, dass das die ersten Rechnungen sind. Weil ich kann mit den Kindern sozusagen über diese Strategie arbeiten und kann dann in Folge diese Strategie, ich zeige es jetzt einmal da, ich blende also um, auf ein anderes Material. Ich hoffe also einen, hoffe, dass wir das jetzt sehen. Und wenn ich das pinne, weiß ich nicht, ob es für Sie das dann auch gepinnt ist, dass Sie es groß sehen. Recht scharf ist es leider nicht. Das ist meine Dokumentenkamera und Sie sehen hier, dass ich das hier transferiere und da kann ich es auch wieder. Wichtig ist dieses Verbalisieren. Auf der einen Seite sind drei und das sind drei, das sind sechs, das weiß ich. Und ich kann auch den Kindern jetzt sagen, irgendwann einmal bei der Aufgabe drei plus drei, denk an die Finger. Und was auch ganz typisch wäre, wenn Sie wollen, wenn Sie eine Grundvorstellung herstellen wollen bei den Kindern, dass man sozusagen arbeitet mit den Mengen unterm Tisch, dass ich jetzt sage zum Kind, zum Beispiel zur Frau Aureli, zur Frau Aureli, kannst du die sechs unterm Tisch legen, aber schau nicht hin und jetzt sage ich dann, was hast du in der einen Hand, wie viel hast du in der anderen Hand? Das kann jetzt sein 5, 1 oder 3, 3. Wichtig ist, dass das Kind sagt, ich habe in der einen Hand drei und in der anderen auch drei oder da habe ich fünf und da habe ich eins. Ich lasse natürlich bei, ich kann auch sagen, kannst du es anders legen? Das ist wunderbar, weil ich dann auch sehr kardinal unterwegs bin und das ordinale Sex ausschließen kann, dass das zum Beispiel Sex wäre. Gibt ja. Und jetzt, Sie merken schon, ich will, dass die Kinder diese Operation eben aussprechen, dass sie sie sagen und dass sie sie verinnerlichen. Und dann beginnt man, also wie gesagt, mit diesem Dick, das ist ein Dickmaterial, nennt man Dicksteckwürfel, ich schreibe es in den Chat. Ich nehme an, dass die meisten diese Dicksteckwürfel kennen. Bei den Dicksteckwürfeln kann man mit quasi Simultanerkennung arbeiten, weil immer wenn man mehr als die Menge 5 hat, dann beginnt die Farbe Rot. Und somit können Sie hier mehr oder weniger quasi simultan blitzschnell erkennen, dass das 8 sind. In Wirklichkeit haben es aber 5 und 3 zusammengesetzt. Genauso würde man natürlich auch, das geht dann für größere Mengen ebenso, aber wir bleiben ja jetzt im Zahlenraum. 10 habe ich Ihnen versprochen, aber diese Rechenstrategie, zum Beispiel des Verdoppelns, das wären dann sozusagen 16. Da kann man schon sehen, unten 10 und oben 6, das wäre eben so diese Hinführung für die Verdoppelung, aber wir bleiben im Zahlenraum 10. Ja, 61 Kinder haben das gekonnt. Wir haben jetzt vor der Lessons Study, das ist in Leon, da haben wir einige Kinder und es ist zumeist so, dass von 21, 24 Kindern 2, 3 dabei sind, die Probleme haben mit der Doppel 3 und mit der Doppel 4, aber die Doppel 5, Doppel 0, Doppel 1, Doppel 2, die kennen Sie. Und das ist ja was, wo man ansetzen kann und da kann ich weiterarbeiten. Sehr interessant ist, dass die Doppel 0 für die Kinder kaum Probleme, also wir haben da eigentlich keine Probleme. Natürlich kann ich nicht mit der Doppel 0 anfangen, ich glaube, das ist klar, weil da sehe ich jetzt nämlich zwei Fäuste, ich muss also sagen, ich fange mit Doppel 2 oder sowas in der Art an. Gut. Eine andere Form der Darstellung wäre das 10er-Feld und damit möchte ich jetzt zu meiner App überleiten. Ich hoffe, es gelingt, aber ich glaube schon. Wie langsam war es, wie es geht. Kleinen Moment. Okay, da haben wir es jetzt. Ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei. Okay. Okay. so zuerst ist es gegangen, jetzt habe ich wieder das Problem ah, Entschuldigung, jetzt das ist leider ein bisschen so ja, es ist sehr es ist zuerst gegangen, jetzt geht es wieder gerade nicht sehr eigenartig, noch mal einen Moment gerne ich glaube ich werde es in einer Minute haben ich nehme an ich nehme an so jetzt bin ich drehen so So, Moment. Das war das Falsche. Was sehen Sie jetzt? Wir sehen noch Sie. Das ist so komisch, warum das Unterhaltungszimmer raus, das ist mir ganz oft. Und jetzt sehen Sie es noch immer. Das ist nämlich zuerst gegangen, das ist komisch. Sie wollen Ihr iPad verbinden, habe ich das? Ja, und da habe ich jetzt, genau. Und Sie haben aber vorher, glaube ich, am iPad, jetzt kommt vielleicht was? Er müsste auf erweitert gehen. Und jetzt habe ich jetzt, glaube ich. Er müsste irgendwo auf erweitert gehen. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich weiß nicht, normalerweise geht es. Also wenn man eine eigene Summe kann, habe ich kein Problem. Aber da habe ich jetzt... Ja, okay. Schauen wir uns einmal die App an. Also so schaut diese App an. Und die App hat die Strategien des Verdoppelns. Es ist ja bis 30, habe ich gezeigt. Das Verdoppelnskraft der 5, habe ich jetzt schon gesagt. Und dann, ganz wichtig, die Nachbaraufgaben dazu. Und dann noch das Gegensinnige verändern. Schauen wir uns das einmal an. Also die Kinder kennen diese Strategie. Und Sie sehen hier, ich kann also da auf dieses Ergebnis drucken. Wenn ich will, habe ich jetzt die ganze Rechnung. Ich habe 2 plus 2 und habe da jetzt links, also unten, die bereits internalisierte Verdoppelung über meine Fingerbilder und habe oben das Zehnerfeld mit den Rechenblättchen in rot-blau zuerst in Blockform und rechts in Zeilenform. Und jetzt schauen wir uns das an. Sehr viele Bücher, also Schulbücher präferenzieren die Zeilenform. Und da sagt jetzt der Lorenz-Psycholog dazu, Kinder wählen bei 3 plus 3 und bei 4 plus 4. Da haben wir so Interviews gemacht, immer die Verdoppelung, also die linke, die Blockform aus und sagen, ja, da sind oben 4 und unten 4. Das ist 8. Das Ergebnis kann man zwar drucken, aber es ist gar nicht so relevant. Und die linke Form, die Zeilenform, haben wir sogar die Antwort von Kicker, das ist ein Durcheinander, und Sie präferenzieren sie nicht. Aber viele Bücher präferenzieren sie. In Wirklichkeit steckt dahinter so etwas wie ein Rechnen über die 5. Also 4 plus wie viel ist 5? 4 plus 1 ist 5. 4 minus 1 ist 3. Und 5 plus 3 ist 8. Und sie merken alleine, wenn sie das aufsagt, dass das vermutlich nicht verbalisiert wird. Und das ist auch, was Lorenz gesagt hat, man lässt die Kinder dann etwas alleine, also mit diesen Schulbüchern, wenn sie das so machen über das Schulbuch, und sozusagen sie werden es irgendwie sich aneignen. Und dann ist sozusagen die Variante des Zählens möglich für die Kinder, weil die attraktiver ist, wie dieses ein Hoffnung auf ein Auswendiglernen, und ich weiß auch nicht genau, ich mache die Zeile voll. Während sie bei der linken, bei der Blogdarstellung, und für das ist die App, die App ist nämlich dazu da, dass Kinder selber reflektieren, ja was gefällt dir da, wie funktioniert das? Sie sollen beides verstehen, aber sie sollen auch präferenzieren und begründen im Sinne des Kommunizierens, welche Art der Darstellung ich jetzt da habe. Und sie haben jetzt da vier Darstellungen, sie haben die Fingerbilder, sie haben zwei Zehnerfelder, und sie haben die symbolische Darstellung der Rechnung, also mit Ziffern. Mit Grafter 5 schaut das Ganze so aus, da ändert sich zum Beispiel bei der Zeilendarstellung und bei der Blogdarstellung vorerst einmal nichts. Wer meint, dass die Zeilendarstellung rechts, ich hoffe man sieht meine Maus da, irgendwie bei der Grafter 5 einen Vorteil bieten würde, da kann ich jetzt bei der App das umdrehen, ich brauche also nur noch die 5 drucken, dann dreht sie es um und jetzt sehen sie, dass die Zeilendarstellung selbst bei der Grafter 5 hier die Grafter 5 per se verliert. Während bei der Blogdarstellung das alles gleich bleibt. Aber das sollen ja Kinder selber begründen und erarbeiten. Dass diese Verdoppelungsaufgaben, also diese Strategieaufgaben bei allen Zahlenräumen angewandt werden, ist glaube ich klar, ich kann ja genauso machen, 30 plus 50 und so weiter, wäre eine typische Grafter 5 oder 300 plus 500. Und wenn das jetzt internalisiert ist, dann kann man zu den Nachbaraufgaben gehen. Und das sehen Sie schon. Ich kann mir also da aussuchen, ob ich es nur in Blogdarstellung oder ob ich die Zeilendarstellung dazu tue. Ich mache es einmal nur in der Blogdarstellung. Und da sehe ich jetzt aus 3 plus 3, wenn ich um einen weniger mache, ist 3 plus 2 und beziehungsweise einem mehr ist 4 plus 3. Funktioniert wird das Ganze so, dass man bei den Plättchen kann man mit Teller arbeiten und legt in einen Teller 3 plus 3 und ins zweite ebenfalls 3 plus 3, nimmt dann einen weg oder gibt einen dazu und sagt zum Kind, was ist passiert? Und da ist jetzt, wer 3 plus 3 weiß, weiß auch 3 plus 4, weil 3 plus 4 ist um 1 mehr als 3 plus 3. Und 3 plus 4 ist schon eine etwas anspruchsvolle Rechnung. Sie sagen natürlich, 2 plus 3 ist kein Problem, weil das ist ja das deine ganze Prinzip von 5, das stimmt auch. Bei 3 plus 4 ist aber relativ anspruchsvoll. Und ich habe natürlich dann auch die 4 plus 4, ist glaube ich klar. und jetzt vermischen sich die Strategien. Ich habe nämlich bei 4 plus 4, wenn ich um 1 mehr tue, habe ich ja 5 plus 4. Und 5 plus 4 ist ja eine bekannte Aufgabe, weil es ja eine Kraft der 5-Aufgabe ist. Und nebenbei, wenn sie die Kinder das verstehen, können die Kinder ja selber dann diese Aufgaben machen. sehen sie, dass bei 5 plus 5 wir die erste 10er Überschreitung haben. Mit der Nachbaraufgabe. Also, und darum steht auch bei der App hier, ist um 1 weniger und um 1 mehr. Und 5 plus 5 sollte, muss, also automatisiert sein, sonst braucht man das nicht machen. Aber ich rechne 6 plus 5 über 5 plus 5. Und das wäre also die Nachbaraufgabe. Ich habe jetzt nur 3 Minuten, das geht jetzt ja aus. Und dann habe ich noch das gegensinnige Verändern. Das gegensinnige Verändern würde bedeuten, dass meine Summe bleibt konstant. Ich lege von der einen Menge einen hinüber zur anderen. Also, aus 4 plus 2 oder 2 plus 4 ist 3 plus 3. Die Strategie heißt gegensinniges Verändern. Wir wenden es auch an, zum Beispiel bei 49 plus 51. Oder bei 201 plus 199. Oder bei 19 plus 21. Das heißt, diese Strategie ist sehr stark, auch bei 11 plus 13, über 12 plus 12. Nur, Kinder haben halt bei der Rechnung zum Beispiel, aber sie sehen, dass das, also bei 3 plus, bei 4 plus 2 kann man sagen, na ja, das ist 2 weiter, ja, wäre auch eine Strategie. Aber sie erkennen hier im Zahlenraum 10 schon die Strategie des gegensinnigen Veränderns. Und sie sehen, dass da, sei es dann bei 4 plus 4, habe ich alte Bekannte, nämlich die Kraft der 5. Und bei 5 plus 5 habe ich die, das teile ganze Prinzip von 10, über 4, 6 und 6, 4. Es gibt natürlich eine, also in Informationen zur App, wo das Ganze dann da noch beschrieben ist. Das ist, glaube ich, ist also klar wahrscheinlich. Ja. Die App heißt, also Rechnen mit Strategien im Zahlenraum 10 und ist jetzt mittlerweile im App Store. Ja, wenn Sie Fragen haben, können Sie die bitte jetzt stellen. Da haben wir noch genau eine Minute. Was ist das so genau mit der Zeit? Tut mir leid für die bisschen technischen Probleme da, aber... Ich versuche gerade die App zu suchen im App Store. Vielleicht könnten Sie den Link... Ja, diese App gibt es nur auf iOS. Die App heißt Rechenstrategien... Also eh so wie es da steht. Also Rechenstrategien im... Rechenstrategien im Zahlenraum... 10. Ich verschreibe mich leider immer auf... Ja. Aber ich schaue mal, ob ich den Link... Ja, wir werden sie finden. Auch ich habe mich bei meiner Suche verschrieben. Das heißt, die App kostet 1,99 Euro. Ja? Ich habe sie gerade entdeckt. Stimmt das? Ja. Genau. Ich kann es jetzt... Ja. Ich werde dann versuchen... Diese App ist nur auf iOS. Das ist richtig. Es ist so, dass die Mathematik-Fachdidaktik seit Jahren, seit ca. mehr als 5 Jahren... Eigentlich nur die iOS präferenziert. Ja? Und zwar hat das gewisse Gründe, falls Sie die App keinen Finger zahlen. Wir haben z.B. Multitouch. Und Multitouch funktioniert nicht durchgehend auf Android. Es funktioniert schon, aber nicht auf allen Geräten. Und so lässt man sich auf gewisse Sachen nicht ein. Wo es auch mitgehandelt wird und so weiter. Ich schaue jetzt gerade im Chat. Nein, es gibt keine Frage sonst im Chat. Mhm. So, liebe Grüße an die Karin. Gut, ich werde mir die... Liebe Grüße zurück. War sehr gut. Der Doppi.